Ihr könnt jetzt abstimmen, an wen die nächste Spende geht. Nummer 1. Das nächste Dankeschön an den Mähdrescher-Fahrer vom letzten Mal am Ende. Nummer 2. Wenn wir schon bei dem Thema Nasen-OP sind, der Lutrix würde sich freuen. Bei Gott. Ich brauche eine Nasen-OP. Ich brauche eine Nasen-OP. Ich kriege durch das Nasenloch, kann ich seit 12 Jahren nicht atmen. Der hat einen Riesen-Zinken. Der ist zwar groß, aber der funktioniert. Meine Nase sieht aus wie eine S-Kurve. Meine Nase sieht aus wie eine S-Kurve auf einer Achterbahn, Bro. Saschas Nase ist zu groß, meine Nase ist aber kaputt. Ich brauche eine Nasen-OP, nicht Lutrix. Der hat eine Riesen-Nase. Nummer 3. Monte, damit er mich nicht streikt. Achso. Ja, die Reichen werden immer reicher oder die Ärmeren werden immer ärmerer. Und die Kids wollen... Boah, heute bin ich so aggressiv, Mann. Wie gut ist denn der jetzt? Kriegen wir jetzt mal eine Info hier rein? Die Dinger gibt es nicht auf Amazon. Ist sein Schwanz der Controller? Sein Cock? Verlosen. Hier schreibt einer. Verlosen. 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 An meine Community. Das wird mir so viel zu geil. Das soll der Scheiß. Verlosen. Hey, könnt ihr vielleicht noch mehr Copyright-Musik reinmachen? Wie wär's demnächst mit einem Song von Travis Scott? Damit sich die Wichse keiner mehr anguckt! Kein Konzept! Hochiger Hugo! Seid ihr denn... Seid ihr denn dumm? Hört darauf, Copyright-Musik da reinzuschneiden. Mann! Ihr Vollidioten! Wie kann man denn so blöd sein? Dann macht doch direkt KLS auf dem Thumbnail und holt ihr die Abmahnung ab, Junge. Mann! Alter, das kannst du doch nicht mit mir machen, Alter. Das kannst du nicht machen. Ich bin fast gestorben, ey. Ich bin fast gestorben, aber das kannst du nicht machen. Das war sogar Travis Scott. Das war Goosebumps. Und damit, meine Freunde, kriege ich einen DFC Ice Strike. Ja! Let's go! Danke dafür. Kein Konzept. Bisschen blärend am Nacken im Hoodie. Ach, schmeckt der Tisch? Äh, Alter. Salzig. Alter, komisch, ey. Klebrig. Moin, moin, meine Aktiven! Hurensohn! Grüße raus an Jireen David, die einfach nächstes Jahr ein neuer Avenger sein wird. Oh, und schuld der Bösewicht sein, der den Avenger pickt. Okay. Das ist so ne, ähm, damit die Photosynthese vollziehen kann, die Pflanze. Damit die auch so nix, ne, ja. Pflanze ist nicht das Einzige, was an dem Tag gewachsen ist. Sascha hat heute einen witzigen Tag und versucht, bei seinen Kollegen lustig rüberzukommen. Äh, das ist World Series of Warzone, das 300.000-Dollar-Tool. Ich weiß gar nicht, wie man sich da anmeldet oder so, I don't know. Eigentlich bekommt man da ein Ding, ein E-Mail. Okay, ich hab gar nix bekommen. Ich hab auch nix bekommen, komisch. Ich lehze. Ich hab noch ne E-Mail bekommen von denen, einfach 30-seitiger Vertrag von Activision. Äh, ich hab auch mal safety unterschrieben. Du kannst dir sicher sein, im nächsten Call of Duty ist auf einmal dein Gesicht als Skin drin. Und passend zur Halloween-Aktion. Schade, Sascha. Schade, Sascha. Du musst mir vorstellen, der allerletzte Platz kriegt einfach schon 800-Dollar. Höh. Wow, wie gütig. Also Proklusion. Alter, überleg mal, du würdest als Belohnung einfach ein reibungshochster Server bekommen. Das wär auch schon krass, ehrlich. Scheiße, Mann, Sascha. Scheiße, Alter. Wir haben uns getrennt. Gott hat einen Engel geschickt, der mich heilen sollte. Und ich hab es geschafft, dass die Frau meiner Träume, die einfach meinen Heiratsantrag angenommen hat, mich hasst. Rebi ist so ein Hurensohn, ich hasse den. Ja, ich kann es nachvollziehen, Mann, ich kann es doch nachvollziehen. Gott verdammte Scheiße, ich kann es doch nachvollziehen. Fuck. Also, wenn man sich jetzt den Screen anschaut, wie könnte der heißen, sag ich mal. Thomas. Hast du schon mal im Wald gewichst? Nee. Dankeschön. Ich hab mal auf Mallorca im Wald gewichst, tatsächlich, weil ich war mit meinem Kollegen und seiner Familie da. Und dann bin ich einfach vom FKK-Strand direkt in den Wald zum Wichsen gegangen, damit ich, äh, damit ich am FKK-Strand nicht die ganze Zeit eine Erektion hab. Ich hab schon mal... War, ich war aber am FKK-Strand nicht nackt, tatsächlich. Ich hab schon mal im Wald gefickt. Glaubt mir eh wieder keiner. Ist mir auch... Ich hab auch schon mal im Wald gefickt. Scheißegal. Alter, dieser Wahnsinn in seinen Augen. Ich will, dass er mich küsst. Noch ein Copyright-Song. Ich glaub, es hackt. 16. Ähm, da hat sie mir geschrieben, dass meine Videos cool sind, weil das war die Zeit, wo meine Facebook-Fades die ganze Zeit geklaut wurden sind und bei Instagram hochgeladen, äh, bei Facebook hochgeladen wurden. Und, äh, ja, dann hat sie mich angeschrieben und gesagt, ey, geile Videos. Und dann meintest du, ja, wir können ja trotzdem Sex haben, wenn du willst. Und, äh, jetzt haben wir ein Kind. Jetzt haben wir ein Kind. Na, schade, Mann. So ist das, meine Freundin. Digga, kann der aufhören die ganze Zeit Musik... Ist Real Talk tatsächlich so passiert. Das ist kein Spaß. F von Nathalie. Ja, ich weiß, also ich weiß, dass Nathalie mich auf jeden Fall sehr gut findet. So. Ich weiß, Nathalie könnte sich auch, äh... Alter Moji, guck mal, ich weiß jetzt, ich hab jetzt wirklich... Also, ich hab jetzt nicht jedes Video von dir gesehen, aber ich weiß, dass es mit Nathalie und dir, das ist jetzt eine Sache, die ist jetzt schon im Gange seit, seit mehreren Jahren. So. Und es, also, es gibt diese Möglichkeit, also du hast diese Möglichkeiten, die hast du jetzt quasi, ja? Entweder du gehst jetzt mal hin und machst sie weg und du klärst sie dir. Oder du holst sie dir und dann machst du sie weg. So. Du musst auf jeden Fall einen Move machen, Bro. What the fuck? Du musst auf jeden Fall einen Move machen. Was ist denn mit dir? Äh, ja, mehr als Freundschaft vorstimmend mit mir, weil... Ja, dann mach doch, dann klär doch, Mann. Dann klär sie dir. Ich halt auch einfach süß bin. Eine Woche vorher. Erste Frage. Würdest du was mit Moji anfangen? anfangen. Okay, also jetzt richtig ernst, ja? Ernst. Nein. Was für ein Nein? Bro. Warum werde ich getimeaut? Weil du nur gesagt hast, Pokémon Unite Trash ist. Wieso kriegt der nur ein Time-Out? Das ist doch ein Bann. Oh, stimmt. Ärgerlich. Der folgt seit zwei Jahren. Nicky, hol die Lupe. Ich habe Angst, nach hinten rauszugehen, dann killt der mich. Ich kenn meinen Timelang. Nein, nein. Ich habe es zugeführt. My heart wins. Stark. Hier muss man ruhig sein. Hier hast du empfindliche Mikrofone, ne? A few moments later. Ist das laut? Wow! Test, 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 test. Alter, was soll das? Ich schlafe heute hier. Das erste Mal schlafe ich heute hier. Ne, wir schlafen nicht zusammen in einem Bett. Doch. Kennt ihr das, Chat? Wenn ein Haus zu groß ist, wenn du denkst, hier muss es spuken, ne? Hier ist bestimmt schon drei Leute drin gestorben. Kennt ihr das, Chat? Und dieses Haus hier ist so ein Haus, bei dem du denkst, das ist einfach ein Level zu groß. Du hörst Hall. Wenn du... Ah! Hör doch mal. Ah! Ah! Hört ihr das? Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Ich krieg nur Stripe wegen dir, du keck. Uh! Mein Twitch-Kanal ist wegen dir weg. Uh! Kein Konzept. Ich benutze Copyright-Musik. Uh! Fick nicht! Kinder checkt. Checkt die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Uh! Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nix verpassen. Uh! So, das reicht. So, das reicht.